Servus guys, euer Svater Speck am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal und damit herzlich willkommen zu heute zu den Veeves des Jahres in Anführungszeichen. Ja Jungs, das Video kommt verhältnismäßig eigentlich ziemlich spät, wofür ich mich entschuldigen muss, aber ich muss dazu sagen, ja 2019 ist für mich ein bisschen stressiger gestartet. Ich sag's mal so, Daily Upload wird für mich immer schwieriger, aber ich versuche auf jeden Fall trotzdem weiterhin aktiv zu bleiben. Deswegen mal nicht böse sein, wenn vielleicht auch mal das Video ein bisschen später von der Uhrzeit herkommt oder halt auch mal einen Tag lang nichts. Deswegen, das wollte ich euch auf alle Fälle sagen, bevor das Video gestartet ist heute, ja nochmal zusammenfassend, was es so für Veeves gab. Natürlich kann man da schlecht alle nehmen, aber ich hab mir versucht, da die Highlights rauszusuchen. Und da muss ich auch am Anfang auf jeden Fall für diejenigen sagen, ja die immer up to date sein wollen über die FIFA-Szene, dass die sich mal Twitter holen möchten. Denn da, ja, bekommt man eigentlich so gut wie alles über die FIFA-YouTuber mit. Da bekommt man auch die ein oder andere Stichelei, den ein oder anderen kleineren Beef mit, worüber ich das ein oder andere Mal zwar auch auf YouTube berichte, aber ich kann das natürlich auch nicht über jede kleine Twitter-Streitigkeit berichten, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich irgendwann mal 13 Videos die Woche. Jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber da passiert schon recht viel. Also da fährt man auch viel über seine FIFA-YouTuber, sie schreiben da auch persönlichere Sachen mit rein. Das kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen und könnt auch sehr, sehr gerne mir folgen. Und da ist ja unter anderem auch so ein bisschen die Streitigkeit zwischen Tizzy Schubig und Dennis Gaming TV entstanden, wo es darum ging, ja, dass es moralisch verwerflich sei, solche Videos mit Michaela Schäfer zu machen, wie zum Beispiel die Strip-FIFA-Challenge damals. Und da bekommt man halt, sag ich mal, viel mit. Aber jetzt kommen wir mal zu den anderen Sachen. Und da gab es natürlich letztes Jahr solche Sachen wie den Disc-Track von Feel FIFA an die Crew. Und man muss dazu sagen, sehr, sehr viele Leute, und auch ich, dachten damals, dass der nicht ernst gemeint ist, sondern einfach nur so ein Fun-Track. Oder ja, dass vielleicht eine kleine, ernstere Message dahinter steckt, aber im Großen und Ganzen, die eigentlich ganz cool sind. Aber wie man ja eigentlich mitbekommen hat, ja, hat das auch ein bisschen die Crew gestört, dass so ein Disc-Track veröffentlicht wurde. Also da schien es dann doch schon ein bisschen ernster zugegangen zu sein. Der Keller hat es ja damals bei mir im Interview gesagt, er fand zwar den Track nice, aber die Aktion an sich persönlich nicht. Und das zeigt schon ja, dass da auch ein bisschen mehr Ernst dahinter gesteckt hat. Man muss ja sagen, die Crew hat ja viel FIFA schon ein bisschen eingeholt in Sachen, ja, wer jetzt nun mal wirklich in der FIFA-Szene am meisten entertaint. Das war ja früher immer viel FIFA, sie haben zwar die meisten Abonnenten, aber die Crew haben sie eigentlich so ein bisschen mit als Entertainment-Träger abgelöst. Und ein weiterer Beef, der entstanden ist, war interessanterweise zwischen einem Meinungsblogger und FIFA-Gaming. Und das Ganze war Alpha Kevin gegen FIFA Gaming. Und damals kam es ja dazu, dass ein kleinerer Quiz-Youtuber ein Quiz mit FIFA Gaming veranstalten wurde, dieser allerdings eine Gage dafür bekommen wollte. Und das hat Alpha Kevin damals sehr stark an ihm kritisiert, genauso wie seine Merch-Werbung und auch nochmal unter anderem das Fake-Pack. Und FIFA Gaming hat damals in seinem Statement ja rausgehauen, dass es ja von jedem die eigene Sache wäre mit der Merch-Werbung. Obwohl es zum Beispiel auch Leute wie Wake schon ein bisschen kritisiert haben, auch bei mir im Interview, dann fand er das mit der Gage vollkommen in Ordnung. Dazu muss ich dazu sagen, das ist für mich persönlich der Ansichtssache, wie man dazu steht. Allerdings hat FIFA Gaming damals auch noch das Fake-Pack eingesehen und das eigentlich schon ein Jahr, nachdem es passiert ist. Er hat eingesehen, dass er dieses Pack selbst nicht gezogen hat und es nachkommentiert hat, was, wie ich dazu sagen muss, einfach schon ein bisschen Fake ist. Ein weiterer Beef, in dem auch ich sogar involviert war ein bisschen, war Gamma-Brother gegen Realscribes und da ging es um die Stream-Highlights und generell um Ausschnitte von Gamma-Brothers Kanal. Denn Gamma-Brother hat ja bei Realscribes kritisiert, dass er pures Rohmaterial aus seinen Livestreams hochlädt und hat ihm auch die Rechte entzogen. Und hat sie jetzt nur noch Gamma-Brothers Stream-Highlights und noch einigen anderen Highlight-YouTuber meines Wissensstandes gegeben. Ich glaube, Rubix hatte ich glaube auch noch die Rechte, da was hochzuladen. Ja, und das Ganze wäre eigentlich jetzt nie großartig auf YouTube öffentlich geworden, wenn ich Gamma-Brother bei mir auf dem Kanal zu Gast gewesen wäre, für einen kleinen Gastpart, in dem er da auch so seine Meinung darüber schildert. Denn Realscribes hat ja oft schon die ein oder andere ja indirekte Abmahnung bekommen, hat sich allerdings da nie dran gehalten. Und irgendwann, ja, ist dann Gamma-Brother so ein bisschen der Kragen geplatzt und hat ihn dann gestriked. Und Realscribes persönlich, ja, man hat nicht so viel Einsicht von ihm verspürt, muss ich dazu sagen, mir fehlt da jegliches gescheites öffentliches Statement. Und, aber ja, muss natürlich am Ende jeder selber wissen, wie er das Ganze macht. Das hätte ihn vielleicht noch retten können, aber am Ende hat er es ja nicht gemacht. Und wir kommen jetzt eigentlich zum letzten Beef, beziehungsweise zur letzten Geschichte, die man da nochmal anreißen kann. Und das ist, denke ich, auch die größte und prägendste in diesem Jahr, die auch ein bisschen die FIFA-Szene in Verruf gebracht hat. Und das war Phineas-FIFA gegen Wax und gegen Gamma-Brother. Und das wissen ja viele Leute. Phineas-FIFA traf zufällig, ja rein zufällig in Anführungszeichen, auf jemanden aus seiner Freundesliste während eines United-Spiels. Dieser hat sich, sage ich mal, nicht wirklich fair am Spielverhalten, hat Phineas Tore geschenkt. Das Ganze ist dann aufgeflogen, eben, dass ein YouTuber das eingegeben hatte und das rausgefunden hatte. Ja, und Wax wollte dann Phineas damals einem mitgeben, weil ja Phineas oft Wax vernachlässigt hat. Und deswegen, ja, kam es dort zu einem kleinen Beef, weil Phineas hat ein Statement gemacht, Wax hat ein Statement gemacht. Und auch Gamma-Brother hat ein etwas lustigeres Video gegen Phineas FIFA rausgehauen, ja, indem er das Ganze so ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Weil Phineas hat sich in seinem Statement, ja, sage ich mal, sehr, sehr komisch präsentiert und auch sehr unglaubwürdig. Aber das Ganze gibt es ja von Gamma-Brother aufgrund gewisser Sponsoren nicht mehr, die ihn da gebeten hatten, das Ganze runterzunehmen. Jungs, und ich hoffe mal, ich habe euch das ganz gut zusammengefasst, was dieses Jahr alles passiert ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, beziehungsweise eigentlich ist es ja letztes Jahr passiert, muss man jetzt dazu sagen. Checkt gerne eins meiner letzten Videos ab oben, der Infocard oder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kostenloses Abo wäre barbo, euer Sweater ist raus. Macht's gut, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.